Leute, ich habe mir die falsche Kamera gekauft. Vor kurzem habe ich die Alpha 6100 geholt. Gar nicht lange her. Und was hat mich gestört an APS-C? Das Rauschverhalten, das ist immer noch so. Aber was mich jetzt gerade viel mehr stört, die 6400er ist günstiger wie die 6100er. Und ich habe es noch nicht mal ein halbes Jahr her, seit ich die 6100 geholt habe. Ja, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen der 6100 und der 6400? In dem Video schauen wir uns das an. Hier mal so eine kleine direkte Übersicht. Beide haben eigentlich den nahezu gleichen Sensor, Bildprozessor. ISO ist ein bisschen höher erweiterbar bei der Alpha 6400. Das ist gleich, das ist gleich. Wir haben mehr Bildpunkte im Sucher. Das kann auch ein Vorteil sein. Der Touchscreen soll etwas mehr beweglich sein. Ein Hauptunterschied, die Wetterfestigkeit. Die 6100 hat kein wetterfestes Gehäuse. Die andere schon. Und der Hauptunterschied ist hier unten auch nochmal aufgeführt. Das ist der ISO-Bereich, die Sucherauflösung, Bildschirm, Wetterfestigkeit. Beide Kameras sind übrigens im Jahr 2019 erschienen. Falls ihr eine Übersicht sucht über die gängigen Sony Alpha 6000 Modelle, findet ihr die hier unter dieser URL. Ich schreibe die euch noch unten in der Videobeschreibung. Ich habe die Modelle nach Einführungsjahr geordnet. Da ist es dann nicht nach der Modellnummer. 2016 kam 6300, 6500, 6100 und 4200 kam 2019. Wie die 6600, die übrigens auch ziemlich im Preis gefallen ist, seit es die 6700 raus ist. Ja, und ihr seht hier, die Preise werden direkt von Amazon gezogen. Ihr könnt es natürlich auch woanders kaufen. Ich habe hier bei der, wo ist die Überschrift, hier ist die 6100, habe ich 767 und bei der 6400 habe ich 685. Tja, schade eigentlich. Der Neukauf der 6100 lohnt sich also jetzt aktuell im Jahr 2024 nicht mehr, wenn das so weitergeht. Nichtsdestotrotz ist es eine schöne Kamera. Die 6000 ist ja eigentlich auch nur noch sinnvoll in Gebrauch zu kaufen, denn die wird schon länger nicht mehr produziert. Und ich habe damit auch schon schöne Fotos machen können. Ich selbst habe ja noch keine 6400. Schreib mir deine Erfahrungen doch gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich natürlich auch über Likes, anderweitige Kommentare. Und wenn du dem Kanal folgst, falls es noch nicht geschehen, wir sehen uns dann hoffentlich auch gleich in dem nächsten Video, was eingeblendet wird. Bis dann, mach's gut. Ciao.